hallo liebe leute hier habe ich von amazon eine wiederverwendbare grillmatte oder wiederverwendbare backofenmatte zum testen bekommen die qualität ist sehr sehr gut das heißt dann das ist ein dickes material ich hatte solche auch welche die waren viel 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 dünner die ich gekauft habe aber der ist auf jeden fall dicke und die qualität passt eigentlich also es ist wirklich sehr super natürlich beim grillen habe ich das noch nicht verwenden können es sind drei stück innen drin und eine habe ich verwenden für einen backofen und es hat auch wunderbar funktioniert also am besten tut man sowas mit chicken wings testen weil die so schön kleben und einen klebrigen inhalt lassen und nach dem waschen eigentlich haben wir es gewaschen und das ist also weg man sieht da fast nichts außer eine winzig kleinen kratzer vielleicht drauf da sind wir aber dran schuld auf jeden fall ist es sehr gut ich kann das sehr sehr empfehlen von mir natürlich hier fünf sterne ein daumen hoch also es ist wirklich sehr gut man kann es auch schneiden wenn es sein muss auf jeden fall kann man das richtig schön verwenden immer wieder also braucht man keine angst zu haben vor allem ist das material auch ziemlich dick also ich bin sehr froh dass ich endlich einmal einen gefunden habe der wirklich hundertprozentig passt